Begrifflichkeiten in der Offensive. Also eben gerade hatten wir ja die Defensive. So ein bisschen mit den Thematiken Begrifflichkeiten in der Offensive geht es halt darum, dass wir sagen, okay, es gibt Zonen auf dem Feld, die gehe ich gleich mal durch. Wir besprechen gleich Breite und Tiefe. Freiräume schaffen das Thema und Überzahlen schaffen. Und Beispielsysteme dann auch wieder eher den Verweis auf den Kurs. Mit den Zonen auf dem Feld haben wir das Feld in unterschiedliche Zonen unterteilt. In die Speedzone, in die Targetzone und in den Friedhof. Die Targetzone ist halt diese Zone in der Mitte. Dort am besten immer möglichst viele anspielbare und abschlussbereite Spieler haben. Mindestens als einen, besser zwei, wenn nicht sogar drei Spieler in dieser Targetzone. Die Speedzone ist eher dafür da, um Geschwindigkeit aufzunehmen, um halt in diese Endzone zu kommen. Sprich, dort sollten sich maximal zwei Spieler gleichzeitig in dieser Zone aufhalten. Und Tempo und Kontrolle sollten da definitiv hoch sein. Also nicht hier irgendwie stehen bleiben. Besonders nicht hier in der Ecke, weil das ist einfach ein toter Spot. Dort konnte er nichts machen. Das, wenn ihr den Ball bekommen solltet, hier in der Speedzone und lauft und lauft und lauft, dann hier einfach weiter Tempo aufnehmen in der Targetzone. Sie orientieren sich neu. Weiter Tempo aufnehmen oder Tempo beibehalten und die Speedzone weiter durchlaufen. Man kann unter Umständen hier mal irgendwie abbrechen oder wenn man hier nicht weiterkommt, weil der Verteidiger so gut dicht macht, könnte unter Umständen anderer hier in der Speedzone auch mal aushelfen. Aber es auch, wenn da ein Konter passiert, dann habt ihr die Bredouille und eine Unterzahl gegen euch. Also Speedzone eigentlich mal nur von einem Spieler besetzt. Manchmal vielleicht sogar von zwei Spielern. Friedhof, die Ecken, dort auf jeden Fall nicht campen und diese auch möglichst meiden. Das, was ich schon meinte, am besten dran vorbeiziehen. Nicht stehen bleiben, weil dort kann man eigentlich nichts gewinnen. Also keine Tore schießen zumindest. Es gibt noch eine weitere Zone, die Greenzone, Safetyzone, sichere, grüne Pässe dort in dieser Zone spielen. Bedeutet, wenn ihr hier in dieser Zone Pässe verkackt, hat der Gegner eine super Konterchance. Sagen wir, ihr baut zu zweit auf hier hinten. Die machen irgendwas falsch am Aufbau und der Gegner bekommt hier in dieser Zone den Ball. Alle sind irgendwie nach vorne gerichtet. Konter, Gegentor, einfach viel zu einfach für den Gegner. Insofern dort auf jeden Fall die Fehlpässe vermeiden. Dort ein einfaches Spiel suchen in dieser Zone und versuchen hierdurch irgendwie durch einfaches Spiel ab nach vorne zu kommen. Weil wenn ihr den Fehler macht, ja, ein hohes Risiko gegen euch. Ich habe hier noch was zu dem Thema Abschlusszonen. Vom Champions Cup 2020, dort gab es insgesamt 53 Tore. Wir gucken uns zuerst diese linke Seite hier an. Und zwar die roten Zahlen sind die Tore aus den entsprechenden Zonen. Also wir haben die Zonen hier so eingeteilt, beziehungsweise das Drittel, die Hälfte des Gegners in diese Zonen, um einfach auch zu gucken, okay, von wo fallen denn überhaupt die meisten Tore. Und ganz gut darstellbar, Champions Cup, da sind ja die Top Teams mit dabei, wo man halt auch gucken kann, okay, wie läuft es da ab. Die Target Zone ist hier in dem Bereich. Und was man ganz gut sieht, viele Tore passieren einfach hier im Slot-Bereich, in diesem Bereich, viele hier im hohen Slot, sage ich jetzt mal so, im oberen und relativ wenige hier von der Seite aus der Speedzone. Die grünen Abschlüsse sind von den Rockets gegen Hamburg aus der ersten Bundesliga des Spiels eine Auswertung davon. Also wir haben beim Spiel eine Schussstatistik gemacht und das ist diese Auswertung davon. Das sind nicht die Tore, also das Rote sind ja die Tore, sprich da wurden nur die Tore mitgezählt. Und hier sind nur die Schüsse, von wo geschossen wurde. Und da war halt so die Moral von der Geschichte, sage ich jetzt mal so, im Training zu zeigen, hey Leute, wir haben viel zu viele Abschlüsse noch aus den Seitenbereichen und viel zu wenig Abschlüsse hier aus diesem Bereich. Ich kann daran liegen, dass wir einfach entweder neben das Tor schießen und niemand vor dem Tor zu stehen haben, der den Abpraller reinmachen kann oder wenn der Ball weg ist, kann man eh den Abpraller nicht reinmachen. Also hier kann man davon ausgehen, dass relativ viele Tore wahrscheinlich durch Abpraller entstanden sind oder auch einige. Hier drüben auf der Seite ist ein Tor nochmal als Referenz, so als Auswertung von wo, also wo die Tore getroffen wurden, ist auch eine recht charmante Auswertung, woran man unter Umständen auch erkennen kann, dass viele Tore, die geschossen werden, in dem Bereich hier unten eher passieren und weniger in dem oberen Bereich. Also die, die immer so, ja hier oben ins Eck, oben ins Eck, vielleicht da auch noch der Hinweis, versucht nicht immer nur ins Eck zu schießen. Hier unten haben die Torhüter mehr Schwachstellen, wobei auch bei dieser Statistik kann man davon ausgeben, vom Champions Cup, dass viele von diesen Abprallern, die gehen halt auch nicht höher, deswegen halt viele Abpraller, die unter Umständen nicht reingegangen sind, aber definitiv 23 Tore aus dem Bereich, sei es alles Abpraller, haben wir immer noch mehr Schüsse auf diesem Bereich des Tors, auch aus der Distanz. Genau, soviel zu dieser Auswertung, gehe ich weiter. Und zwar in das Thema Breite und Tiefe. Hier auch relativ schnell erstmal. Und zwar versucht in eurem System folgendes zu haben, und zwar die Breite und die Tiefe. Versucht nicht zu breit weit auseinander zu stehen, das hilft euch nichts, sondern möglichst auch nicht zu nah, sondern das Feld in der Breite, unter Umständen in drei, ja in Drittel zu teilen und zu sagen, okay, mindestens zwei Spieler pro Bahn kann man hier sagen, oder halt hier sind drei, okay, aber nicht über alle drei Bahnen verteilt. Also es bringt nichts, wenn die zwei jetzt noch hier außen sein würde, weil man dann den Gegner auch zu weit auseinanderzieht und sich dadurch die Freiräume nimmt. Zu den Freiräumen kommen wir gleich auch nochmal. Auch was die Tiefe angeht, ein Spieler sollte tief sein und die anderen Spieler teilen sich sozusagen die anderen auf. Hier, was nicht so gut dargestellt ist, hier ist es ein Viertel aufgeteilt, deswegen würde ich vielleicht nochmal auf ein Taktikboard zurückkommen. Was die Tiefe angeht, haben wir das jetzt so, dass wir sagen, okay, wenn der Gegner wirklich so tief steht, dann steht die ja auch ungefähr wahrscheinlich im Aufbau irgendwo hier. Wenn der Gegner relativ hoch steht oder vielleicht sogar Druck macht, dann macht es keinen Sinn, dass der Stürmer hier vorne irgendwo schon ist und nicht mithilft, sondern dann sollte der Stürmer auch irgendwie hier hinkommen, dass die Tiefe nicht zu tief ist. Das ist an dieser Darstellung da eben gerade nicht so ganz richtig gewesen. Also zu tief auseinander sollte man auch nicht sein, weil man sich, wenn man hier steht, hat man auch keine Möglichkeit irgendwie zu helfen. Selbst wenn ein hoher Ball kommt, muss man erstmal irgendwie dem Ball entgegenlaufen, sich dann drehen und dann wieder hinkommen. Wenn man hier steht und ein hoher Ball kommt, a ist der Verteidiger ein bisschen weiter hier und man hat hier viel mehr Platz, dem bei sich zu erobern. Aber das wird auch in den anderen Lektionen etwas betrachtet. Gehen wir zurück zu den Folien. Freiräume schaffen. Ich meinte schon gerade, dass ihr versucht, nicht zu breit zu sein oder nicht zu tief, um solch mögliche Freiräume zu schaffen. Sprich, guckt in eurem System, was ihr habt. Hier haben wir jetzt gerade einen Zweieraufbau, wo sehr stark auf diese Seite verlagert wurde, um diesen Freiraum hier drüben zu nutzen. Da auch wieder der Hinweis auf diese Einheit, die wir hochgeladen haben, auf die Offensive. Dort zeigen wir auch einige Möglichkeiten, wie man diese Freiräume nutzen kann. Und falls da noch Fragen sind, könnt ihr euch gerne ansonsten wenden und diese gerne fragen. Aber wie gesagt, macht euch bewusst, wo wollt ihr Freiräume schaffen, könnt ihr diese nutzen und wie nutzt ihr diese dann? Weil nichts ist schlimmer, als auf engen Raum zu spielen. Deswegen nutzt lieber die Freiräume, die ihr euch selbst schafft. Als nächstes in der Offensive, in dem Beispiel, sagen wir so, ihr solltet es schaffen, unlösbare Situationen für die Gegner zu generieren. Sprich, eine Überzahlsituation zu schaffen in eurem Aufbau. In dem Fall habe ich gegen Leipzig, die haben das ganz gut gemacht, haben wir zwei Tore gefressen, gut erlebt. Er, die zwei, hat den Ball bekommen und schon war an der Stelle eine unlösbare Situation für die Verteidiger. Beziehungsweise für die zwei. Er hatte zum einen den hier draußen und er hatte den, der hier am Stürmer vorbeigekommen ist. Sprich, er hatte den zwei gegen eins gegen sich, wenn er rausgegangen ist oder er hier drüben raus. Und er, also es war immer eine Überzahlsituation in dem Moment, weil hier einfach zwei sind und hier oben ist einer. Und wenn die hier nicht richtig zurückkämpfen, dann entsteht eine sehr ungünstige Situation, die halt zu Toren führen kann. Also guckt in eurem Aufbau, dass ihr auch dieses, unter Umständen dieses Mittel für euch nutzt und Überzahlen schafft. Da auch überlegen, was unter Umständen da möglich ist. Da auch überlegen, was unter Umständen da möglich ist.